... der Tarek, ein offenbarer Bau und Zweifel erhält. Weil der Tarek heute nicht da ist und sie, ihr darfst überfohlen, weil ich sie mit ihm ist danach ja auch gleich noch vorbei ist. Benjamin Bayer ist, wie ich schon sagte, ein Mittelfeldspieler und ich möchte bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass heute Nachmittag Kickers-Koffenbach gegen Werder Bremen 2 spielt. Aber Herr Bayer ist leider verletzt und kann deswegen hier bei uns sein und kann sozusagen diese Aktion mit uns hier machen. Ich wünsche Ihnen gute Besten und ganz herzlichen Dank, dass Sie sich mitgemacht haben. Applaus Ich komme aus Eier. Ich komme aus Eier, ich komme aus Eier, ich komme aus Eier. Ich komme aus Eier, ich komme aus Eier. Ich komme aus Eier, ich komme aus Eier, ich komme aus Eier. Erinnert ihr euch, wie die Kanzlerin zu Beginn als Klima-Quin gestartet ist? Aber sie begreift Klimaschutz nur als Fünnwetterpolitik. Wenn es ernst wird, dann hat die Atomlobby in Brüssel, dann hat die Autolobby in Brüssel und tragen die Atomfreunde in Deutschland, auch in Biblis, wieder eine stabile Partnerin an ihrer Seite. Wer hat denn auf der EU-Ebene verhindert, dass die Grenzwerte beim CO2-Ausstoß verbessert werden? Und gab es da einen Einspruch des Bundesumweltminister? Härtere Regelungen hätten aber nicht nur zu einem besseren Klimaschutz geführt, sondern auch die deutsche Automobilindustrie wettbewerbsfähiger gemacht. Und dann hätten wir derzeit nicht solche Dramen zu besichtigen, wie zurzeit bei Opel. Liebe Freunde und Freunde, hat man denn aus Asse, aus der Atomforschungsanlage in Karlsruhe nichts gelernt? Milliarden Gräber sind da voran und die Entlagerung ist immer noch nicht geklärt. Liebe Freundinnen und Freunde, wir brauchen den Ausstieg aus der Atomenergie und deswegen brauchen wir eine andere Regierung im September. Und wir brauchen nicht nur, um aus der Atomenergie auszusteigen, sondern um in Erneuerbare einzusteigen. Und wer in alte Meier investiert, investiert nicht in neue Sektoren. Und wir wollen eine Regierung, neue zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, die nachhaltig sind. Vom Tischbefeet, aus von einer einer SPD. Und da frage ich mich, was da noch sozial an sozialen Staaten ist. Mit der Sozialismusreform ihre Kompetenzen abzugeben und dann den Bildungsgiftel zu veranstalten. Der Berg heißt ja und war eine Arbeitsgruppe, die dabei Ergebnisse bringen. Wir wollen gemeinsam mit den Ländern gute Ganztagsschulen finanzieren. Wir wollen gemeinsam mit den Ländern Integration von Behinderten befördern. Wir wollen gemeinsam mit den Ländern Migrantenförderung betreiben. Dafür muss das Kooperationsverbot endlich fallen. Auch dafür kämpfen wir im Bundestagsverbot. Vielen Dank. Eine Satz noch bitte. Wir wissen, dass diese Prioritäten zu finanzieren sind. Wir haben Vorschläge dafür. Und wir erteilen allen Dingen eine Absage, die von Steuerentlastungen redet. Und wir erteilen allen Dingen eine Absage, die nicht nur Steuerentlastungen predigt, sondern auch weiterhin Marktradikalismus. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns gemeinsam kämpfen für den neuen Gesellschaftsvertrag, für eine Zukunft, die wir gemeinsam gestalten können. Mit Umwelt, mit Arbeit, mit Bildung und mit Sozialpolitik. Dafür will ich mit euch kämpfen. Und dafür erbitte ich eure Stimmen. Danke. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.